Es ist gut, sich zu erinnern, dass all das, was man glaubt zu haben, nicht real ist. Mein Name ist Andreas, ich bin der Host für diese Lektion heute, 184, und wir kommen hier in diesen Raum, in diesen Moment, mit völlig leeren Händen. Denn sobald ich etwas mitbringe, sobald du etwas mitbringst und sagst, hier, das hier ist mein Erbe, das hier habe ich mir aus Raum und Zeit zusammen gescharrt und beschützt und aufrechterhalten, und hier sind meine drei Staubkörner und das ist mein Königreich, dann werden wir nicht in der Lage sein zu hören, was diese Lektion uns sagt. Der Name Gottes ist mein Erbe und ich werde nicht in der Lage sein, offenen Geistes auf die gegenwärtige Kommunikation in uns durch deinen inneren Meister, deinen inneren Lehrer, den Heiligen Geist, Jesus, nennst, wie du möchtest, zu hören. Aber dieses Spiel hast du jetzt durchschaut, für jetzt hast du es durchschaut, und das ist das Wichtigste, dass du nicht wirklich mit irgendwas kommen möchtest, sondern froh sein möchtest, dass all die Dinge, die in deinen Händen zu liegen scheinen, jetzt aufgehoben sind, damit du hören kannst, damit du wirklich hören kannst, was diese Lektion sagt. Der Name Gottes ist mein Erbe und wie wir gesehen haben, ist Gott nur Liebe, daher bist du es auch, also ist sein Erbe auch Liebe. Und die gegenwärtige Kommunikationsverbindung, die dir angeboten wird, mit anderen Worten, dein Erfahren, dass deine Auferstehung hier in diesem Moment liegt, ist, wozu du hergekommen bist. Okay, vielleicht geht es für einen Augenblick mit einer Unangenehmheit einher, und das wiederholen wir oft, einfach um dir zu zeigen, da sind noch Dinge in deinen Händen gewesen, die du als Staubkörner für dein Königreich erklären möchtest, aber du bist zu weit gekommen, du bist zu weit hier fortgeschritten, als dass du wirklich daran festhalten und es verteidigen möchtest, sondern du möchtest es in diesem Moment als das sehen, was es ist, nämlich ein Hindernis vor der Liebe, die dich überall umgibt. Und Jesus steigt hier ein mit der Idee von Symbolen. Du lebst mit Hilfe von Symbolen, du hast Namen für alles, was du siehst, erfunden. Ein Jedes wird zu einer separaten Wesenheit, die du mit ihrem eigenen Namen identifizierst. Dadurch meißelst du es aus der Einheit heraus, dadurch kennzeichnest du seine besonderen Eigenschaften und hebst es von anderen Dingen ab, indem du die Betonung auf den Raum legst, der sie umgibt. Also Wahrheit, die Wahrheit deines Geistes, die Wahrheit deines Seins und deiner Funktion und Identität ist Einheit. Und um überhaupt etwas zu sehen, was aussieht wie getrennte Gegenstände, die unabhängig voneinander sind, musst du sie daraus herausmeißeln und ihnen eigene Namen geben. Und wie machst du das? Wie stellt man sicher, dass man das wirklich glaubt, dass das geklappt hat? Man betont den Raum, der zwischen den Dingen liegt. Das ist ja hier Metaphysik für Einsteiger. Und wir sind alle Einsteiger. Und diesen Raum legst du zwischen alle Dinge, denen du verschiedene Namen gibst, zwischen alle Geschehnisse hinsichtlich Ort und Zeit und zwischen alle Körper, die du mit einem Namen grüßt. Dieser Raum, den du wahrnimmst als das, was alle Dinge voneinander abhebt, ist das Mittel, durch das die Weise, wie die Welt wahrnimmt, erreicht wird. Du siehst etwas, wo nichts ist und siehst gleichermaßen nichts, wo Einheit ist. Einen Raum zwischen allen Dingen, zwischen allen Dingen und dir. So denkst du, dass du in der Trennung Leben gegeben hast. Und schau, das ist eine ganz vertraute Erfahrung. Das ist deine Alltagserfahrung. Ja, wir sagen ja, ich habe ein Leben oder ich lebe. Und wir assoziieren das mit einem bestimmten Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl ist, was Jesus hier beschreibt, als ich glaube, in der Trennung Leben gegeben zu haben. Ja, hier ist mein Beweis. Ich lebe an der Hand meines eingebildeten Beweises. Guck, hier ist mein Leben. Hier ist mein Beweis dafür, dass ich erfolgreich ein Leben gegeben habe. Etwas Leben gegeben habe. In Trennung. Durch diese Spaltung, sagt Jesus weiter, denkst du, dass du als Einheit begründet bist, damit die mit einem unabhängigen Willen funktioniert. Ja, also du hast einen Willen, jeder hat einen Willen. Und die können im Konflikt miteinander sein. So, und das ist, was wir wirklich als Alltagserfahrung uns geben wollen, reinziehen wollen und sagen wollen, das hier ist nicht ein Film, sondern das hier ist mein Leben. Mit anderen, die anders denken als ich, die anders drauf sind als ich, die was anderes wollen als ich, ständig und überall mit anderen Bedürfnissen. Und sicherlich ist dir nicht entgangen, dass das sehr frustrierend ist. Sonst würdest du es jetzt nicht anhören und würdest du diesen Kurs nicht machen. Denn, was dich interessiert, ist eine gegenwärtige Neuordnung deines Geistes, eine gegenwärtige Neuerfahrung deines Geistes, weil dir klar wird, dein Erbe ist was anderes. Dein Erbe ist nicht das, was du dir ausgedacht hast, was du als Leben bezeichnet hast, sondern mein Erbe ist das, was ich mir wieder in mein Gewahrsein rufen lasse. Ja, toll, du hast tolle Selbstbilder gemacht, du hast toll geträumt, du hast grausam geträumt, du hast inspiriert geträumt, du hast depressiv geträumt. Aber hier ist ein Neubeginn. Nachdem du Ausschau gehalten hast, du hast gesagt, okay, es ist alles in Ordnung, soweit ich komme, soweit klar, aber die Bandbreite meiner Erfahrung von mir selbst ist mir einfach zu klein geworden. Und das kannst du nicht sozusagen verbessern, indem du mehr von dieser kleinen Bandbreite hast oder die Bandbreite versuchst zu erweitern, auf deine eigene Art, sondern es braucht eine ganz andere Qualität. Es braucht eine ganz andere Ansprache. Du musst auf eine Art und Weise angesprochen werden, die die Welt nicht kennt, die die Welt dir nicht geben kann, die dir keiner geben kann, die dir keine Beziehung geben kann, nicht der intimste Moment oder der tiefste Blick deines kleinen Kindes. Sondern dass es um dich geht, aber nicht um dich als Ego, sondern um dich, der sich sehnt nach wahrer Nahrung, nach wahrer Sustenance, nach wahrer Kommunikation, die nicht über Symbole läuft, sondern die über deine Seele läuft, deine Seele, dein Herz, die darüber läuft, dass dein Geist im Frieden ist und tief in sich ankommt. Denn dass das nicht einfach nur ein Mantra ist oder eine Hoffnung oder eine Philosophie, der du gerne glaubst, Sondern wow, es ist wahr. Dich hat etwas erreicht, was wahr ist. Du wurdest von etwas angesprochen, was dich ruft, nach Hause ruft, in dein wahres Erbe zurückruft. Okay, Jesus geht hier weiter in den nächsten Absätzen und erklärt, wie unser Sehen gemacht wurde. Es ist schwer, den Geist tausend fremde Namen zu lehren und tausend noch dazu. Doch glaubst du, das sei es, was Lernen heißt. Das sei sein, eines wesentliches Ziel, durch das Kommunikation erreicht wird und wodurch sich Konzepte auf bedeutungsvolle Weise miteinander teilen lassen. Und du hast vielleicht schon gemerkt, dass das keine wirkliche Kommunikation ist. Wenn wir uns treffen und ein wirkliches Gespräch haben und uns angeguckt haben, wie unterschiedlich wir in Form sind und wie unterschiedlich unsere Konzepte sind, dann haben wir vielleicht Glück, dass wir einen Moment erreichen, wo wir im eigenen Geist den anderen nicht abwehren oder beurteilen oder einordnen, sondern das Erbe der Kommunikation wieder in unser Gewahrsein kommt. Und das ist nur möglich, weil ich für diesen einen Augenblick nicht geurteilt habe über dich, nichts von dir wollte, in dem ich nicht Teil deines Traums geworden bin, sondern einfach dich als mich selbst akzeptiert habe. Da ist nur ein Sohn. Da ist nur eine Schöpfung. Also lehrt die Welt. Es ist eine Phase des Lernens, durch die ein jeder gehen muss, der kommt. Tausend Namen und tausend noch dazu. Je schneller er aber wahrnimmt, worauf dieses Lernen beruht, wie fragwürdig seine Voraussetzungen und wie zweifelhaft seine Ergebnisse sind, desto schneller stellt er seine Wirkungen in Frage. Ein Lernen, das mit dem endet, was die Welt lehrt, hört auf, bevor es bei der Bedeutung angelangt ist. Das ist ein toller Satz. Noch einmal. Ein Lernen, das mit dem endet, was die Welt lehrt. Ein Lernen, das endet, was die Welt lehrt, hört auf, bevor es bei der Bedeutung angelangt ist. Das heißt, dass das, was du versucht hast, dir beizubringen, nicht bedeutungsvoll gelernt werden kann. Und da endet es. Und da an diesem Punkt, sagt Jesus im Text, sind viele gestorben, weil sie gesehen haben, dass egal, wie du hier dein Leben konzipierst, es immer auf das eine hinausläuft, auf Bedeutungslosigkeit und Tod. aber an seinem rechten Platz dient dieses Lernen nur als Ausgangspunkt, von dem aus eine andere Art des Lernens beginnen, eine neue Wahrnehmung gewonnen werden kann und all die willkürlichen Namen, die die Welt verleiht, zurückgenommen werden können, sobald sie in Zweifel gezogen werden. Okay. Das soll so sein. Das ist das, was wir jetzt unternehmen. Das ist das Abenteuer, wie du deinen Geist neu verwendest. Es ist so, als wenn du, ähm, als sagen wir mal, als wenn du einen Ferrari fährst und du bist bisher immer nur im dritten Gang gefahren. Du bist im dritten Gang angefahren, bist im dritten Gang in die Parkstraße, Lücke rein und bist im dritten Gang auf der Autobahn gefahren. So, und auf einmal erkennst du, es dient was ganz anderem. Da ist eine Gangschaltung. Du kannst, je nach deinem Bedürfnis, kannst du die Gänge ändern. Ja, es ist sehr viel praktischer, dieses Auto. Das ist vielleicht kein gutes Beispiel, ich weiß es nicht. Auf einmal entdeckst du, dass es einem ganz anderen Zweck dient. Es ist nochmal ganz anders, als nur eine Gangschaltung zu entdecken. Es ist tatsächlich praktisch, dein Geist kann jetzt einer wirklichen Lernfunktion unterstellt werden. Vorher war es immer nur Ding, 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 immer auf den gleichen Knopf drücken. Aufstehen, Tag starten, arbeiten, Wohnung sauber machen, ins Bett gehen, einschlafen, aufwachen, den Tag starten, zur Arbeit gehen, die Wohnung sauber machen, ins Bett gehen, einschlafen. So, das, und zwischendrin die kleinen Freuden verwenden. Aber wenn du jetzt merkst, hey, mein Geist ist für eine ganz andere Art des Lernens ausgestattet, mein Geist ist für eine ganz andere Art des Erfahrens ausgestattet, die viel holistischer ist, viel ganzheitlicher, und nicht nur viel ganzheitlicher, sondern ganzheitlich, für eine neue Wahrnehmung ausgestattet, dann sind wir hier genau richtig, dann bist du hier genau richtig. Denke nicht, dass du die Welt gemacht hast. Illusion schon, du hast Illusionen in einer Welt gemacht. Was aber wahr ist, auf Erden und im Himmel, ist jenseits deiner Namensgebung. Wenn du einen Bruder anrufst, so ist es sein Körper, an den du dich wendest. Seine wahre Identität ist durch das vor dir versteckt, wovon du glaubst, das sei er wirklich. Sein Körper reagiert darauf, wie du ihn nennst, denn sein Geist willigt ein, den Namen anzunehmen, den du ihm als seinen eigenen gibst. So wird dann seine Einheit doppelt verleugnet, denn du nimmst ihn als von dir getrennt wahr, und er akzeptiert diesen getrennten Namen als den Seinen. Es wäre in der Tat sehr sonderbar, und jetzt revidiert, er revidiert es nicht, aber er setzt es in Relation, was er gerade gelehrt hat. Es wäre in der Tat sehr sonderbar, wenn man dich bitten würde, über alle Symbole der Welt hinaus zu gehen, und sie für immer zu vergessen, und dich dann doch bitten würde, eine Lehrfunktion zu übernehmen. Und ich glaube, hier erwähnt Jesus zum ersten Mal im Übungsbuch, dass du hier eine Lehrfunktion hast. Und diese Lehrfunktion ist, über die Symbole der Welt hinaus zu gehen, während du sie verwendest. Es ist für dich nötig, die Symbole der Welt für eine Weile zu benutzen. Doch lasse dich nicht auch von ihnen täuschen. Sie stehen für überhaupt nichts, und wenn du übst, ist es dieser Gedanke, der dich befreien wird von ihnen. Sie werden lediglich zum Mitteln, durch welche du auf eine Weise kommunizieren kannst, die die Welt versteht, von denen du aber begreifst, dass sie nicht die Einheit sind, in der wahre Kommunikation gefunden werden kann. Und ich habe gestern einen sehr, sehr schönen Abend verbracht. Hier im Hafen meiner Heimatstadt, der ich physisch groß geworden bin, gibt es ein altes, stillgelegtes Frachtschiff. Und das wurde ausgebaut zu einem Kulturschiff, die Minna. Und dort fand gestern ein Konzert statt, von einem Kanadier und einer Australierin. Und meine Mutter kam mit, und eine Freundin meiner Mutter kam mit, und wir saßen da. Und der Abend gestaltete sich so, dass ich mit vielen ins Gespräch kam. Und obwohl wir hatten hier und da Berührungspunkte, aber von der Persönlichkeit her waren wir doch alle sehr unterschiedlich. Und mir wurde klar, dass ich in meinem alten Leben, als ich noch nichts von Wundern wusste, noch nichts von Verbundenheit wusste, dass die Punkte waren, wo ich sehr frustriert wurde, weil ich nicht wusste, wie ich in Kommunikation bleiben kann, wie ich in Verbundenheit sein kann. Und die Mittel, die ich dann anwandte, war halt Meinungen, mir auszudenken oder mir irgendwas herbeizuziehen, was ich irgendwie sagen könnte, um in Verbindung zu bleiben. Und natürlich hat das nicht funktioniert. Und da ich jetzt ja von Wundern weiß, und ich weiß, ich brauche einfach nur mit meinem Bruder in Verbindung bleiben, ist das so wunderbar aufgegangen. Es war ein vollkommen erfüllender Abend und hat mich sehr bereichert. Und mir ist aufgefallen, dass ich in so einem Setting, in meinem Nazareth, so etwas noch nie erfahren hatte. In meiner alten Heimat kannte ich solche Momente noch nicht. Und das war ein schönes Geschenk. Und das Geschenk war, wir haben uns über Arbeitsplätze unterhalten, über das Industriegebiet, wir haben uns über Australien unterhalten, über alles Mögliche, wie man Events organisiert. Und dahinter war einfach immer nur die Verbindung. Und das war das, was getragen hat. Okay, also weiter im Text. Und hier vielleicht eine Antwort auf eine Frage, die viele hatten. Gott hat keinen Namen und dennoch wird sein Name zur abschließenden Lektion, dass alle Dinge eins sind. Und mit dieser Lektion hört alles Lernen auf. Alle Namen sind geeint. Der ganze Raum erfüllt von der Widerspiegelung der Wahrheit. Jeder Graben ist geschlossen und die Trennung ist geheilt. Der Name Gottes ist das Erbe, dass er denen gab, die die Wahl getroffen hatten, dass die Lehren der Welt des Himmels Platz einnehmen sollten. Okay, also alle, die an Trennung glauben, denen wurde der Name Gottes als Erbe gegeben. Bei unserem Üben ist es unser Ziel, unseren Geist, das annehmen zu lassen, was Gott als Antwort auf das jämmerliche Erbe gab, das du als angemessenen Tribut für den Sohn, den er liebt gemacht hast. Niemand kann scheitern, der die Bedeutung von Gottes Namen sucht. Die Erfahrung muss kommen, um das Wort zu ergänzen. Doch zuerst musst du den Namen für die ganze Wirklichkeit akzeptieren und dir klar darüber werden, dass die vielen Namen, die du ihren Aspekten gabst, das, was du siehst, verzerrten, die Wahrheit aber nicht im Geringsten störten. Einen Namen bringen wir in unsere Übung. Einen Namen verwenden wir, um unsere Sicht zu einen. Und obwohl wir einen jeweils anderen Namen für jedes Gewahrsein eines Aspektes von Gottes Sohn verwenden, verstehen wir, dass sie nur einen Namen haben, den er ihnen gegeben hat. Dieser Name ist es, den wir beim Üben verwenden. Und dadurch, dass wir ihn verwenden, verschwinden sämtliche törichten Trennungen, die uns blind gehalten haben. Und uns wird die Stärke gegeben, über sie hinaus zu sehen. Jetzt ist unsere Sicht gesegnet mit Segnungen, die wir geben können, wie wir sie empfangen. Und hier ist das Gebet, ist die Ansuchsituation für die Kommunikation in deinem Geist. Vater, Vater, unser Name ist der Deine. In ihm sind wir mit allen Lebewesen vereint und mit Dir, der Du ihr einziger Schöpfer bist. Was wir gemacht haben und mit vielen verschiedenen Namen benennen, ist nur ein Schatten, den wir versuchten, über Deine eigene Wirklichkeit zu legen. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Unrecht hatten. Alle unsere Fehler geben wir Dir, damit wir von allen Wirkungen, die unsere Irrtümer zu zeitigen Schienen, freigesprochen werden mögen. Und wir nehmen die Wahrheit, die Du gibst, anstelle jedes einzelnen von ihnen an. Dein Name ist unsere Erlösung und unser Entrinnen aus dem, was wir gemacht haben. Dein Name vereinigt uns im Einssein, das unser Erbe ist und unser Frieden. Amen. Und hier kann das sich kommunizieren in Dir. Und natürlich hört Dir und mir hier auf. Es ist so schön, Dich willkommen zu heißen. Es ist so schön, von Dir willkommen geheißen zu werden. Das ist die Zeitspanne in jedem Tag, in denen das Lernen der Welt zu einer vorübergehenden Phase wird, in der das Lernen der Welt zu einem Gefängnis wird, aus dem Du in das Licht der Sonne trittst und die Dunkelheit vergisst. Ja, keine Sorge, verlerne ruhig Dein vergangenes Lernen, auch wenn es bezogen ist auf diesen Kurs. Verlerne es ruhig. Dein Wert ist dadurch nicht gefährdet. Dein Standing in der Sohnschaft ist nicht gefährdet. Dein Ansehen ist nicht gefährdet. Und die Liebe und die Aufmerksamkeit, die Du brauchst, ist dadurch in keinster Weise gefährdet. Du bist sicher und gehalten und geliebt. Und alles, was störend war, was aber noch wertvoll aussieht, wird hinterfragt und wird durch Deine Bereitwilligkeit nicht damit Recht zu haben ersetzt. Ich segne Dich und ich liebe Dich und wir sehen uns buchstäblich jetzt im Himmel. Ich danke Dir für dieses Licht und dass Du das akzeptierst.